Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf unserem Dogpod-Kanal. Wir wollen uns heute über zwei Dinge unterhalten. Zum einen habe ich nämlich meiner Heimatstadt mal einen kleinen Besuch abgestattet. Ich will euch gleich mehr dazu erzählen. Und zum anderen möchte ich mit euch über das Thema Hygienedemos sprechen. Wir müssen also dringend reden und das tun wir direkt nach dem Intro. Ja, ich komme aus Greiz. Greiz ist eigentlich eine wunderschöne Stadt in Ostthüringen, die bisher so überhaupt niemand kannte. Es gibt so ein paar Prominente, die aus Greiz kommen. Eigentlich fallen mir gerade auch nur zwei ein. Und zwar der Astronaut und Raumfahrer Ulf Meerbold und der Körperweltenplastinator Gunther von Hagen. Die beiden Leute kommen aus Greiz. Für eine ostthüringische Stadt ist Greiz echt eine Perle. Deswegen heißt es auch Perle des Vogtlands. Aber im Grunde kannte keiner Greiz. Bis vor einer Woche diese Stadt in aller Munde war, weil sie nämlich zum traurigen Corona-Hotspot wurde. An dem Tag, wo es hieß, wir machen lokale Lockdowns. Und zwar, wenn die Zahl der Neuinfizierten in einer Woche die 50 pro 100.000 Einwohner überschreitet. Da gingen in Greiz die Alarmglocken los. Und das lag daran, dass diese Stadt diese Anzahl von 50 relativ zügig überschritten hatte. Nämlich sofort. Aber woran liegt das? Sind alle Greizer irgendwie beratungsresistent? Hat sich vielleicht keiner an den Lockdown gehalten? Waren in Greiz besonders viele Leute beim Skifahren in Ischgl? Das ist zumindest ein Punkt. Tatsächlich gehen diese vielen Zahlen von zwei verschiedenen Foki, also zwei verschiedenen Hotspots aus. Der eine Hotspot ist eine Geburtstagsfeier eines Arztes, der tatsächlich vorher zum Skifahren in der Region Ischgl war. Der dann Geburtstag gefeiert hat mit ganz vielen Menschen. Und von dort diese Geburtstagsfeier, die ist sozusagen als Superspreading-Party, hat die gewirkt. Und hat viele Menschen in dieser Stadt angesteckt. Der zweite Punkt, warum in Greiz so viele Neuinfizierte sind, ist der, dass man gemerkt hat, man hat ein Problem. Und dann hat man was gar nicht so Dummes gemacht. Man hat relativ zügig getestet, 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 getestet. Und hat gemerkt, oho, man hat dieses Virus auch schon in Altenheime eingeschleppt. Und wenn das im Altenheim ist, das sehen wir hier in der Region Franken auch, dann geht das ganz, ganz schnell. Weil im Altenheim kann man kaum Distanz wahren. Im Altenheim können die, teils Dementen, zu den Pflegern nicht Distanz wahren. Das heißt, das Spreading geht unglaublich schnell. Und da hat man eben gesehen, in diesem Altenheim sind relativ viele infiziert. Und was noch dazu kommt, Greiz hat relativ wenig Einwohner. Das heißt, man hat diese prozentuale Zahl schnell erreicht. Greiz hat nämlich keine 100.000 Einwohner, sondern nur so um die 27.000. Was hat Greiz nun also falsch gemacht? Im Grunde nicht viel. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar relativ zügig getestet. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, den ich nochmal, den habe ich schon in den letzten Videos immer wieder angesprochen, aber den möchte ich auch diesmal unbedingt ansprechen. Wir testen zu wenig. Seitdem diese 50 pro 100.000 als Richtzahl für eine Woche an Neuinfektionen gekommen ist, testen wir im ärztlichen Bereitschaftsdienst fast gar nicht mehr. Die Teststationen sind fast leer. Wenn wir so weitermachen, bemerken wir unseren nächsten Ausbruch nicht. Greiz hat das schon ganz richtig gemacht. Das zweite Problem, was ich mit euch ganz kurz noch diskutieren möchte, ist das der Hygienedemos. Wer meinen Facebook-Kanal fleißig verfolgt, der weiß, ich habe ein Riesenproblem mit diesen ganzen Verschwörungstheoretikern, Impfkritikern und so weiter und so fort. Womit ich aber noch ein viel, viel größeres Problem habe, ist, dass für die offensichtlich nicht die gleichen Kriterien gelten, wie für uns Normalbürger, die sich an die Regeln halten. Ich habe zwei Karten für ein Konzert, das im Juni hätte stattfinden sollen. Ich habe mich darauf echt gefreut. Rockband, München, Olympiahalle, klasse. Aber Massenveranstaltungen sind verboten. Und zwar bis zum 31. August, vielleicht sogar noch länger. Davon gehe ich persönlich aus. Warum? Und das ist eine Frage, die ich mir mit einigen Unwillen und auch mit einiger Emotion stelle. Werden Demos, auf denen tausend, ja sogar noch mehr Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen erwartet werden, eigentlich gestattet? Was steckt dahinter? Warum erlauben wir Verschwörungstheoretikern jeder Couleur, sich zu treffen? Ist deren Grundrecht so viel wichtiger als meins? Da hätte ich echt gerne meine Antwort. Vielleicht sehe ich das ja falsch. Es macht mich aber unglaublich wütend, dass die demonstrieren dürfen, wir uns aber alle an die Kontaktbeschränkungen halten müssen. Und sind wir ehrlich, viele machen es nicht. Denkt nochmal drüber nach. Wenn ihr durch die Fußgängerzone lauft, München, Nürnberg, ihr seht alle dicht an dicht. Hey Leute, wir haben immer noch Kontaktbeschränkungen. Und das macht auch Sinn. Bleibt gesund.